Ich muss noch ein, zwei Telefonate führen, aber dann bin ich ganz für dich da. Bewirbst du dich jetzt als Mutter Theresa? Und ich dachte schon, ich bin wieder ganz die Alte, seine leere Drohung gewesen. Komm schon, Sebastian. Wenn ich es schleifen lasse, solltest du dich wenigstens in der Firma blicken lassen. Bist du sicher, dass du alleine bleiben kannst? Ich brauche niemanden mehr, der mir Händchen hält. Und bei all dem Psychogramm sollten wir nicht vergessen, dass wir eine Firma zu leiten haben. Ach komm, mein Auftritt als Ninja-Kämpferin trägt nicht zur Ernennung der Geschäftsfrau des Jahres bei. Ja, wahrscheinlich ist es ganz gut, Präsenz zu zeigen. Aber du ruchst dich aus. Ja, Mami. Jetzt. Und du bist sicher, dass du klarkommst? Verschwinde einfach. Ach ja, wenn irgendwas ist, dann ruf mich bloß nicht an. Geh irgendjemand anders auf die Nerven, ja? Hau ab. Geh. 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 Geh.